Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und das ist doch eine komische Geschichte, weil das Geld, ich lese einfach, das sind 3600 Euro und es ist so, dass mein Freund hat sich, also wir haben uns getrennt und... Die hat die andere Hälfte, sagen Sie, oder? Ja. Ja, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da haben wir ein bisschen Probleme, weil ich tippe ich genau nicht, das gibt da alles. Wenn das hart an der Grenze ist, dann müssen wir die normalen schicken, das werde ich vermessen. Es ist nämlich Voraussetzung, dass es mehr als die Hälfte ist und wenn das gerade auch noch so große Längen sind, dann müssen wir es ja einreichen, dann kann ich nicht so vor der Statik. Okay. Anschritt, Bandverbindung von Ihnen haben? Ja. Ja. Was sagst du denn, was hat der Stippe dran? 3600 Euro. Haben Sie den Ausweis auch dabei? Ja. Was sagst du denn, wie viel war es? 3600 Euro. 3600 Euro. Ich gebe Ihnen das Geld auch erstmal wieder, weil Sie gleich erst die Quittung von mir bekommen. Achso, okay. Das sieht mal jetzt das Formular aus. Ich klicke in der Formulare ein. So. Was ist denn Konto-Nummer? 0000. 1515655. Ach, das wird mir einfach überwiesen dann? Ja. Ist wahrscheinlich, dass es der Statik. Wie es aussieht, sind sie alle größer als die Hälfte. Bandplatzzahl. Wie lange dauert es denn ungefähr? Kann zwei Tage runter. Hier ist ja gerade der Beschädigung nicht so groß. Das Geld ist oder das ist ein paar, das länger. Dann lege ich mich noch. So, und jetzt nochmal, ich muss da auch schildern, warum das. Also, Sie haben sich gerne hier vorangeknüpft und der hat hier alle in der Mitte durch und hat die andere Hälfte der Band. Genau. Also, ich muss da auch schildern, warum das hier in der Mitte durch und hat die Hälfte der Band. Ich muss da auch schildern, warum das hier in der Mitte durch und hat die Hälfte der Band. Ich muss da auch schildern, warum das hier in der Mitte durch und hat die Hälfte der Band. Untertitelung des ZDF für funk, 2017